Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren saftigen Episode. Let's play Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Episode haben wir eine Quest angefangen. Wir sollen einen Trollpropel finden, ja. Das heißt, wir müssen Trolle finden. So, jetzt habe ich außerhalb der Aufnahme mal gesucht. Eine Dreiviertelstunde, fast eine Stunde würde ich sagen. Und laut Map, wo sind wir? Wir sind jetzt hier unten. Da. Hier habe ich so einen kleinen Höhlen-Symbol nochmal gefunden. Das passt mit dem Symbol hier neben der Quest. Das passt zusammen. Ich hoffe einfach, dass dort ein Troll ist. Wenn dem so ist, seht ihr das halt als Episode jetzt. Ja, so ist das. Aber, ob da wirklich dann ein Troll ist, seht ihr nach dem Intro. Hallo. So, da sind wir wieder. Time to shine. Ich hoffe, dass wir erfolgreich sein werden. Nein, bitte nicht. Ich sehe einen Troll. Ist nicht wahr. Flustroll. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich sehe einen Troll. Wenn er mal trifft, ne? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wo ist mein Momentum? Kriege ich den? Yes. Nein. Der wirkt nicht. Okay. Okay. Das war eine Scheißidee. Das war eine Scheißidee. Oh. Oh. Beeil dich. Weg hier. Wo ist der? Oh. Oh. Da ist er ja. Da ist er ja. erledigt. Der schubst mich da runter. Tod. Deine Reise ist beendet. Das machen wir nochmal. Oh, das ist aber auch nur ein sein, ne? Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Lass mich in Ruhe. Alter. Der ist voll sauer. Mann, ich will doch nur einen Popel von dir. Lass mich in Ruhe. Oh. Oh. Das war knapp. Oh, wir brauchen geilere Bärte. Friss. Okay. Nicht schlecht, aber der lebt noch. Der lebt noch. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass einer das überlebt, oder? Oh. 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 Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Wir haben ihn fast. Nein. Der ist auch fast gone. Das hat man sicher bis London gespürt. Ja. Ja. Trollrotz. Okay. Boah. Das war krass. Das war richtig 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 krass. Kranker. Scheiß. Okay. Wir haben Wahnsinn. Wir haben Ice Cold Trollrotz. So. Wer war unser Questgeber? War das nicht Professor Onai? Ich weiß es gerade gar nicht. Karte von Hogwarts. Äh. Glockenturm. Nee. Aufträge. Aufträge, Aufträge, Aufträge. Professor Onai. Wahrsagen Unterricht. Ich habe Professor Onais Aufgabe abgeschlossen. Ich sollte zu ihrem Klassenzimmer zurück, damit ich Descendo lernen kann. Descendo. Das könnte echt interessant werden. Professor Onais Aufgabe. Mhm. Auf Karte finden. Ah. Gut. Dann einfach mal dorthin. Boah. Hat sich gelohnt. Aber das war wow. So ein Troll, der ist buh. Ja, also das ist schon eine Ansage, so ein Troll aus dem Puschen zu klatschen, ist mal was Neues. Oh. Ich bin aber froh, dass wir es geschafft haben. Oh. Krass, ey. Einfach nur krass. Oh. Ja, hi. Es ist wirklich schön, wieder hier zu sein. Ehrlich. Hallo, Nev, Nev. So, Wahrsagenunterricht. Könnte jetzt was werden, ey. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Du gehörst mir, Demi-Guys. Yep. Äh, du kannst die Zeit beschleunigen, indem du die Map aufmachst. Dann warten wir. Yep. So, wir warten. Bis es wieder Tag ist, Freunde. Jetzt ist Tag. Und die Schüler kommen auch gerade. Krass. Okay. Ciao. Okay. Der Grimm! Eindeutig. Ich glaube, das Haus Ravenclaw hat bald einen Schüler weniger. Okay. Wahrsagenunterricht. Hatten wir jetzt auch zum ersten Mal, oder? Anfänger-Glück. Nächstes Mal hast du keine Chance. Ich hoffe, die Aufgaben waren fordernd genug für Sie. Ja, Professor. Ich habe alle Aufgaben erledigt, Professor Ohnei. Sehr gut gemacht. Obwohl ich zugegebenermaßen so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass Sie es schaffen würden. Da Sie zweifellos Ihre Wahrnehmung durch meine Aufgabe geschärft haben, frage ich mich, Sie wissen, dass die Gegenwart und die Vergangenheitsspuren des kommenden offenbaren können. Was sehen Sie also in Ihrer eigenen Zukunft? Ich sehe Triumph, ich spüre Gefahr, ich sehe Macht. Ich weiß nicht recht. Triumph. Es wird nicht einfach werden, ganz bestimmt. Aber am Ende wartet der große Triumph. Eine besondere Wahrnehmung. Sehr weise. Nichts, was sich lohnt, ist je einfach. Gerade deshalb ist eine solche Zukunft erstrebenswert. Aber das Gerede über morgen sollte uns nicht von Ihrem jetzigen Erfolg ablenken. Ich informiere unsere stellvertretende Schulleiterin über Ihre vorbildlichen Leistungen. Und wenn diese Leistungen ein Omen für Ihre Zukunft sind, dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von Ihnen erwarten dürfen. Lenken Sie Ihre Magie auf das Ziel. Alles klar. Los geht's. Hallo? Das war knapp. Descendo haben wir nun erlernt. Neuen Zauber freigeschalten. Möchten Sie den neuen Zauberspruch an der Puppe üben? Ja, wir haben doch... Was wäre denn, wenn wir hier... Ihn... Voll die Idee. Und den dazu. Das wäre auch interessant. Descendo. Descendo. Okay. Was wäre jetzt, wenn wir ihn nehmen? Und jetzt... Warte. Und jetzt ihn. Descendo. Dann müssen Sie aufhören, sich vorzubereiten. Das ist ein Kraftzauber. Das heißt, theoretisch kann ich ihn hoch und mit Descendo auf dem Boden aufklatschen. Das müssen wir an Menschen probieren. Oder halt an Trollen. Das ist jetzt so meine Theorie, dass es klappen kann. Weil die Zauber als solches sind jetzt nicht als Kampfzauber geeignet. Aber wie wäre es, wenn man die verwendet in Kombination? Und das ist entscheidend, dass wir daraus eine Kombo machen. Bebelio wäre jetzt interessanter. Nichts. So, vielleicht sollten wir uns nochmal in Richtung große Treppe begeben. Wo sind wir? Irgendwas hat Bing gemacht. Ja, hier sind Safecoil. Keine Schränke mehr. Arrestum Momentum. Das kann man bestimmt auch irgendwie gebrauchen. Rebellion. Ja, das ist jetzt halt die Frage. Wir brauchen definitiv noch zwei Münzen. Die haben wir nicht. Weil diese Quest würde ich auch halt gerne abschließen. Wir können ja nochmal gerade schauen, was wir an Quest haben. Doch, war doch richtig. Escape und dann auf Aufgaben. Hallo. Also Aufträge. Die Pulse könnten wir lernen. Oder wir lernen endlich mal was über Tierwesen. Wir haben... Warte mal. Auf der Karte. Auftrag nicht länger verfolgen. Haben wir da jetzt eine Markierung? Das wäre optimal. Ja, haben wir. Vielleicht haben wir... Wir müssen neun haben. Und dann kriegen wir nämlich... Alohomora auf Stufe 2. Das wäre... Königlich. Ich lecke hier gerade nochmal, ob hier... Ne, hier ist nichts. Hier vielleicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier auch noch nicht war. Ich habe mich aber auch schon mal geirrt. Hogwarts ist verdammt groß. Und ich finde das toll. Ich finde das großartig. Doch, hier waren wir auch schon, oder? Mehrfach. Mehrfach, Freunde. So kann man sich irren. Irgendwas macht aber noch... Ich brauche diese Schlüssel. Zwei Schränke. Zwei Schlüssel. Da drin sind die beiden... Ähm... Sag mal schnell. Die beiden Münzen drin. Das ist aber ein gutes Stück weiter. War ich denn hier schon? Ja, ist doch gut. Da ist doch noch irgendein Geheimnis. Okay, wir können ja mal gucken. Wo ist mein Lichtzauber? Ich glaube, hier war ich noch nicht, oder? Oder ist das der Ravenclaw-Turm? Das kann natürlich sein. Das wäre es jetzt. Nein. Oh, ich habe mich gerade ein bisschen zu früh gefreut. Das ist der Ravenclaw-Turm. Lumos. Das war falsch. Ich wollte das nicht abfackeln. Entschuldigung. Okay. Also, nochmal nach unten. Das ist definitiv der Ravenclaw-Turm. Nox. Der droppt uns nochmal eine Seite. Eine Handbuchseite. Die uns einfach nichts bringt. Oder ist das bei mir ein Bug? Diese ganzen Handbuchseiten bringen mich gerade null weiter. Reveilio. So, Reveilio. Gut. Hier haben wir wieder gleiches Spiel. Okay. Die Spinne war die 8. Das heißt, 9, 10, 11, 12, 13. Brauchen wir die 4, ne? 0, 1, 2. Moment. 0, 1, 2, 3, 4. Das ist er hier. Wo ist die 1? War das 1? Ja, ne? Nein. Nein. Ja. Okay. Dann haben wir hier 13. 1, 0. 1, 2, 3. Sind wir bei 16. Plus 5. Plus 5 sind 21. 16 plus 5 sind 21. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier müssen wir... Wo ist er? Diesen Kollegen einstellen. Tada. Sie sind öffnendig. Wunderbar. Ausgezeichnet. Reveilio. Uh. Quidditch Ausrüstungsregal. Und eine Quidditch Schutzbrille. Saftig. Da hinten bekommt jemand einen Heuler. Hier ist noch eine Truhe. Meint ihr, wir finden noch... ...einen Schrank hier oben in Ravenclaw-Turm? Da oben ist auf jeden Fall noch was. Das ist doch der Ravenclaw-Turm. Oder bin ich jetzt bescheuert? Ja, das ist der Ravenclaw-Turm. Problem ist... ...hier kommen wir nicht rein. Das da dürfte wahrscheinlich die Haustruhe sein. Und... ...ja, da ist... ...Floh-Netzwerk angesagt. Ich kann aber auch nicht den Türklopfer betätigen. Einfach mal kackendreist... ...anklopfen... ...und reingehen. Easy. Weil die brauchen kein Passwort. Ja, was haben wir denn hier? Büste von Ravenclaw. Diese zu Ehren des Hauses Ravenclaw geschaffene Büste... ...befindet sich im hohen Ravenclaw-Turm. Alles da. Oh, ha. Jetzt, äh... ...warte ein bisschen überrascht. Die bewegt sich halt auch. Das ist schon krass. Das ist schon unglaublich krass. Ne, Emma? Krass. Jetzt mal Hallo sagen. Nein? Okay. Reveglio. Reveglio. Ich suche weiter nach Schränken. Ich sage ja immer... ...Reisen erweitert den Horizont. Ja, da ist ja sogar das große Treppenhaus. Okay. Wo müssen wir hin? Es macht Bing, Bing, Bing. Da oben ist wieder so ein Rätsel. Wenn man das... Es ist ein Puzzle. Es ist in dem Sinne ja gar kein Rätsel. Es ist ein Puzzle. Reveglio. Weiter hier runter. Das hat mir gelöst? Ja, das hat mir gelöst. Hier muss es irgendwo noch was geben. Ich sage doch, du bist sehr clever. Clever? Wie beleidigend. Gut. Ein Genie. Zufrieden. Aber ich werde es mal durchgehen lassen. Hm. Wie viel haben wir denn? Hallo Mr. Moon. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Wunderbar. Wirklich. Bringen Sie mir ein paar mehr Monde und ich zeige Ihnen, wie Sie besser alle Rumora zaubern. Wieso? Wie viel muss er denn? Wo sollte ich nach mehr Demigeist-Statuen und Monden suchen? Überall, wo ich mich normalerweise aufhalte. Das ist ja das Gruselige. Ich glaube, das ist ja ein Zufall. Und ob Sie es glauben oder nicht, sogar in einigen umliegenden Dörfern. Ach, mein Peiniger ist wirklich gründlich. Er hält mich jetzt schon eine Ewigkeit von all meinen Verpflichtungen ab. Okay. Ich schaue mich mal weiter um. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil Sie nur nachts gesammelt werden können. Ist wirklich ein Problem, ja. Nein! Acht von neun! Ich dachte, ich hatte neun. Revealios. Oh, nein. So, wir brauchen... Wir brauchen noch mehr Schränke. Hier gibt es keine, ne? Ja, das ist der Gryffindor... Eingang Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Die wohnen ganz schön nah beieinander, die Gryffindors und die Ravenclaws. Aber die biefen sich ja auch nicht. Das ist ja alles noch in Ordnung. Revealio. Revealio. Jetzt habe ich gedacht... Okay, jetzt sollten wir es haben. Falsch gedacht. Okay, dann hatten wir aber da oben noch was gesehen, ne? Es war... Wo war denn das? Ah, perfekt. Die Treppen sind verwirrend, aber... So muss das. Revealio. So bleibt. Was? Sei nicht albern. Das lässt in ein paar Stunden nach, glaube ich. Glaubst du? Nicht unbedingt. Bei diesem Jungen hielt es eine Woche an. Eine Woche? Mir... Mir ist schlecht. Mach dir keine Sorgen. Wir bringen dich sofort zu Schwester Blaney. Da fällt mir ein... Was? Was denn? Ich muss noch einen Aufsatz für Bins schreiben. Zwei Zoll. Bei Merlin, meiner ist auch noch nicht fertig. Was? Lass mich nicht allein. Hast du dir die Daten der magischen Entdeckungen und Koboldaufstände gemerkt? Ach nicht, nein. Wo geht ihr hin? Ihr könnt mich nicht zurücklassen. Ach hier. Das schon. Ich sehe morgen nach dir. Morgen? Billy Rick Stech. Das dauert eine Woche. Ich kann den auch nicht da runterholen. Oh. Mist. Ey. Uns fehlen noch Seiten. So, jetzt sind wir wieder... Okay, hier ist der Ravenclaw-Turm. Verdammt. Wie kriegen wir... Den sollen wir gar nicht vorzuholen, oder? Ja, äh... Dann noch, ne? Frohes Abkacken. Ich mag den Humor. Oh, verdammt. Ich muss noch einen Aussatz für Professor Bint schreiben. Oh, ich hab noch was auf dem Herz stehen lassen. Schau. Ist das geil. Ich feier's. Ich feier's. Ich feier's absolut. Ich lieb's einfach. Das ist... Ja. Ja. Da wurde der Lachsnacken wohl vergessen. Okay. Ein weiteres Rätsel ist da. Das sollten wir aber auch hinkriegen. Also, wir enthüllen mal. Wir haben... 15 plus... 2. Ne? Ihr wisst ja. 0. 1, 2. 15 plus 2 sind 17. Äh... Plus 5... Plus 6 müssen wir dann machen. 1... Äh... 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf der 1 den Salamander. Hätte ich mal ein fantastisches Tierwesen besser aufgepasst. Ist doch kein Salamander. Aber es sieht aus ein bisschen wie ein Salamander. So. Auf der 2 haben wir... Der Krake hier. Das ist eine 9. 9, 8, 7, 6, 5... Wo müsste ich denn hin? 4, 3. 9 plus 3 sind genau 12. Äh... 12 plus 6. Ne, 6. 12 plus 7. 7 brauchen wir. Und die 7 ist... 9, 8, 7. 100 brauche ich mich verzählt. Ich hänge aber auch schon... Arschlange dran. Das müsste er hier sein. Ne, ich habe mich nicht verrichtet. Alles gut. Kein Fehler. Alles gut. Eine weitere Truhe. Gebüsche. Aha. Okay. Irgendwo... Muss es weitere Schränke geben. Kann ja nicht sein, dass es hier keine Schränke gibt. Ähm... Den können wir mit... Wo ist er? Kommt, Trinko. Ach hier. Ich glaube, diese Seiten brauchen wir gar nicht mehr großartig beachten, ne? Weil... Wir kriegen einfach nichts mehr dazu. Da oben ist noch irgendwas. Irgendwas. Wieder mal auf Abenteuertour. Immer. Immer. Den hatten wir. Reveo. Eine Handbuchseite. Zentaurenrüstung. Diese einzigartige Rüstung wurde als vielgeleitetes Friedensangebot für einen Zentaurenanführer angefertigt. Das Geschenk wurde verschmäht und der Bote erhielt zum Dank einem Pfeil ins Bein. Die Rüstung selbst, äh... die mit Hubspuren überall übersät war, wurde zu einem späteren Zeitpunkt geboren und erneuert. Oh, hier ist das Schloss. Aber ich glaube nicht, dass wir hier was finden. Obwohl, kann sein, ne? Ganz abwegig ist es nicht. So. Alter, Schwiebel. Wo kommen wir hier hin? Hier waren wir noch nicht. Gibt's hier einen Schrank für uns? Reveo. Oh, sind wir hier? Okay. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Hier gibt's so viele Truhen. Kommen wir da auch rein? Oder nicht so? Natürlich kommen wir hier nicht rein. Aber wo kommen wir hier hin? Schlossstufe 2. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Was ist das hier für ein Träger? Wir brauchen einen Schrank. Nee. Nee. Rivelio. Wasserspeier vor dem Schulleiterbüro. Die Treppe, die zum Büro des Schulleiters führt, wird von einem verzauberten Wasserspeier bewacht, der nur Personen passieren lässt, die das Passwort kennen. Auch wenn sich nur schwer vorstellen lässt, dass jemand den derzeitigen Bewohner des Büros besuchen wollen würde. Nee, aber aus Nostalgiegründen würde ich ganz gerne da rein. Revelio. Revelio. Schlicht und ergreifend, weil mich genau das interessiert. Lumos. Okay. Kommen wir hier durch? Nee, von da kamen wir. Null. Revelio. Okay. Okay. Was ist hier hinter? Außer eine dicke Truhe. Verdammte Axt, ey. Verdammte, verdammte Axt. Revelio. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Uns fehlt noch so viel. Allo Humora auf Stufe 2. Wie gerne hätte ich das jetzt? Hm? Ja, auf Stufe 3 ja sowieso, wisst ihr? Halt. Das kommt mir aber bekannt vor. Oder, hm. Revelio. Was ist los, Emma? Aha. Guck mal an. Lumos. Okay, dann bringen wir den kleinen, äh, die kleinen Schmetterling, sag ich schon. Die kleine Motte ab zu seinem angestammten Platz, Freunde. Huh. Muss ja auch sein, ne? Emma ist es gut. So. Und das Schloss ist einfach unvorstellbar groß. Es ist einfach nicht einfach, die ganzen Schränke zu finden. Mit den Hausmarken. Ich stelle mich da aber auch phänomenal doof an. lol. 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 Ich dachte, das... Lol. Ich dachte, das, äh, sind Fake-Türen. Okay, öfters mal auf die Minimap achten. Hilft enorm. Hilft enorm. Alter, liegt aber noch was. Oh, Mann, Mann, Mann. So, wieder Text über Wahrsagerei. Mein Hasswach in Hogwarts. Ehrlich. Ehrlich, also ist jetzt nicht gelogen. Wahrsagen finde ich ein ganz, ganz schwammiges Thema. Emma. Oh. Ja, Emma, es ist gut. Als ob jetzt hier im Trophy-Raum einfach nichts ist. Oh. Falscher Zauber. Rebelio. Rebelio. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das reißen Torf aufgelöst war. Das kann nicht sein. Rebelio. Rebelio. Noch eine Handbuchseite. Troll-Rüstung. Diese ungewöhnliche Rüstung wurde für einen Troll gefertigt. Ja, das sieht man. Ähm. Da sie erhalten geblieben ist, grenzt an einem Wunder. Denn Trolle tragen normalerweise keine Rüstung Und würden sie verständlicherweise In ihrer Verwirrung Oder Wut zertrümmern Gigi Ich hab keine Ahnung Wo die ganzen Münzen sind Unglaublich Am Ende irgendwo noch am Quidditch Schwellt oder irgendwas Ich hab keine Ahnung Freunde Gut aber ich würde sagen Folge ist lang genug Wenn es euch gefallen hat Würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen Checkt unbedingt die Videobeschreibung ab Dort findet ihr mein Partner Und dem Merch verlinkt Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle Für euren Support Und für eure Aufmerksamkeit Und noch einen wunderschönen Tag Haut rein, macht's gut Und ciao Outro